Brockenbrand, Polizei Magdeburg bittet um Mithilfe. Im Zusammenhang mit dem Brand auf dem Brocken sucht die Polizei im Harz Zeugen und Aufnahmen, Bilder, Videos. Gesucht werden zudem die beiden Wanderer, welche den Brand gemeldet haben. Gesucht werden Aufnahmen, die in der Zeitspanne von 10 Uhr bis 14 Uhr von der Seite des Brockens gefertigt wurden, auf der am Freitag, den 6. September 2024, der Brand zwischen dem Äckerloch und dem Goethe-Bahnhof ausbrach. Zudem werden zwei Wanderer, die am 6. September 2024 gegen 14 Uhr den Brand im Imbiss Gipfelstürmer am Wohmberg gemeldet haben, dringend gebeten, Kontakt zum Polizeigewirr Harz unter der Telefonnummer 03941 674 293 aufzunehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020